Hallo Mädels und Jungs, Willkommen zu einem neuen Video. Gut gestärkt, wieder auf dem Weg. Und ich habe eigentlich gar nicht geglaubt, dass es bei uns so Dreiräder gibt. Also Dreiräder, keine Ahnung wie sie sich genau nennen. Auf jeden Fall cooles Gefährt. Wahrscheinlich auch keine irgendwie gearteten Probleme in der Kurve mit High- oder Low-Sider. Wie auch. Und wahrscheinlich trotzdem noch eine hohe Kurvengeschwindigkeit, eine tolle. Und ja, schaut jedenfalls recht gut aus. Und ja, die Wolken haben sich wieder ein klein wenig verzogen. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Marazell, die Kathi und ich. Und hier ist motorradtechnisch die Hölle los sozusagen. Ja wirklich, es ist unglaublich, was sich da abspielt. Aber ihr seht es ja selbst. Uns kommen ständig Motorräder entgegen und fahren auch in unsere Richtung. Gerade ein Wohnmobil überholt und mit einem Motorrad dahinter. Der hat sich irgendwie nicht überholen getraut. Ja. Vielleicht hat er auch nur gewartet, dass ich überhole. Und dass er dann in Ruhe sich ein Plätzchen suchen kann, wo er dann gemütlich überholt. Ist auch okay. Und ja, wir fahren jetzt durch die Ortschaft. Sicher nicht so interessant. Aber ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen. Dieses Dreirad habe ich echt keine Ahnung. Ja, Trike sieht man schon ab und zu. Aber sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Und finde ich total cool. Ja. Mir bleibt natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer oben bleiben.